Mein Name ist Irene Lang, ich arbeite im Allgemeinen Krankenhaus an der Medizinischen Universität Wien in einem großen Lungenhochdruckzentrum, das Patienten mit verschiedensten Formen von Lungenhochdruck interdisziplinär betreut. Ich möchte Ihnen in diesem folgenden Kurs einen Einblick geben in das Verstehen von Lungenhochdruck, um Patienten und auch Angehörigen oder Nichtbetroffenen die Krankheit zu erklären.